Ach, nix. Hau! Okay, das Ding ist angeschlossen. Dann müssen wir das vernehmen. Ich glaube, hier ist noch nicht mal was drin. Wo du gerade buddelst. Ja. Wo ich gebuddelt habe auch nicht. Toll. Hat sich voll gewohnt. Die besten Zwerge, die man für Geld kaufen kann. Ja. Und die 1. Und die 1. Mit die 1. Besser. Nee, ich muss nicht laufen. Ich kann nicht mehr gut bleiben. Oh ja, das wird ne Aftabar. Ich kann nicht mehr gut machen. Und die 1. Ich kann nicht mehr gut laufen. Das wird ja nicht funktionieren, ne? Naja, es ist ja eine Möglichkeit, die ich so sehe. Hey, du Vieh! Geh weg! Es ist noch ein! Ich hab's! Ich hab's! Was? Achtung, ich werfe! Es kommt runter! Es leuchtet unten. Ich markiere. Ah, da ist ein Juddys. Weg! Pipeline Place! Pipeline Place! Es ist vielleicht nicht die schlechteste Pipeline, die ich je gesehen habe, aber... Ne, doch ist es. Es wird eine Schönheit, wenn es komplett ist. Es tut mir leid, ich kenne keinen anderen Weg. Wenn es nur jemand helfen würde, würde ich helfen. Das ist der Weg. Und wir haben hier sehr viel Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Es ist verbunden. Kontakt! Locken und laden! Und hier lohnt sich das Grinden wenigstens. Ich bin down! Äh, Fun Fact, es gibt ein Assisten für zwei Minuten unüberbrochendes Pipeline-Surfing. Das kriegen wir hier vielleicht hin. Das ist... Nein, zwei Minuten ist hier. Was ist das Pipeline nicht genau? Heil gebaut. Ich habe was? Das ist das Pipeline genau auf so... 's schon auf so... Pampe geworden. Dafür kann ich ja jetzt nichts. Hihau! Aaaa, diese... Ah, ich bin down. Nur Einzelfall. ich bin bei der basis ich bin wirklich da sind noch ein zwei aber jetzt also ich mag ja eher den knoblauch rand knoblauch rand ich gebe auch diese rand für den fall knoblauch rand kein problem da bin ich da ist sie was du meinst ein segment completed was welches gemüse ist hoffen kucke greife wo das gemüse das du hier verlegt das aufgehört hat fertig zusammen hinten da wo dekst du dich gerade sind und dann kennst du den begriff spaghetticoat ich habe ihn auf dem gesehen und geschnitten scheiße ich glaube wir kriegen das achievement mit dem mit zwei minuten grinden nein kriegst du nicht ich habe einen schweiz bei mir weil ich hätte die pfeil noch ein wenig länger gemacht hätte der ging sein was auch natürlich hättest du das ich werde ich einfach von meiner baustelle geschoben so recht aha du willst also das level alleine machen nicht das erste mal dazu sag ich jetzt mal lieber nicht ja lass uns doch fix zurück kommen aber dann gerne fix zurück kommen ja genau deswegen gibt es da keine das ruft wird in den lokalen also stehe an deinen Becken und schaue was du kannst um zu verhindern zu verhindern zu verhindern zu schrappern 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 es gibt einen großen großen inwanderer die pfeil noch nicht zu verhindern zu können schrappern schrappern Den I machst du mal wieder ein paar Alten-Parameter. Diese kann ich da nicht machen, weil... Wir haben ja nicht so. Was bist denn du? Geh mal weg, geh mal weg, geh weg. Ich glaube, wir haben eine Störung. Echt jetzt? Bei eins, zwei und drei. Ob du wirklich richtig fixst, siehst du, wenn das Licht wieder angeht oder so. Okay. Ich geh mal drei entlang. Ja, D13 sind ja nicht bei der Eins oder so. Ich geh jetzt die Zwei entlang. Ja, das ist die. Vielleicht dann auch schon wieder jemand, ohne irgendwas zu sagen. Dann machen wir weiter ohne Absprechen auf Chaos. Chaos Level Max. Die Eins entlang. Du kannst gerne die Eins entlang gehen, weil die ist grün. Ja, aber jetzt wicke ich ja da lang. Ach so. Die sind nicht grün, das wurde. Jetzt ist es. Diese Pipeline ist fixiert. Aber du musst alle Malfunktionen klären, um die Refinery zu laufen. Zwei sind kompliziert. Nicht weiterfahren. Reparieren. Nicht weiterfahren. Reparieren. Das ist ein ganzes Zeichen. Wir haben ein Stimme. Mit einem Stimme. Nicht weiterfahren. Handlos. turtles. Schau. Auf dem auch. Das ist deine frische Natur! Die Extraction ist stoppt. Die Pipeline ist in need of maintenance. Dann überliebe ich bei die zwei. Nicht weiter reparieren. Halt oben! Geht jemand auf der 1? Geht jemand auf der 1? Geht jemand auf der 2? Ich bin auf der 2. Ich bin auf der 2. Ich bin auf der 2. Na, Schatz! Das kann dir aber auch in der Badewanne passieren. Ja, ich bin zurück. Ja, ich bin zurück. Ja, ich bin zurück. Ja, ich bin zurück. 5%. Let's squeeze those wheels dry. Enough to drücken, baby. Grinde, Spiele. Grinde schneller. Grinde, wie du noch nie zuvor gegrindet hast. Oh, schau mir da. Nein. Ich nehme Praetorian. Ich nehme Praetorian. Ja, ich habe aber wieder die zwei gegründet. Steak, gib ihm sein Knife für mich. Danke, Steak. Keine King-Shaming. Fixed. Ich hoffe, es hält. Können wir hier nicht mal eine Ruhe reparieren? Nein. meinen Geist mal. Dann führen wir das mal in der Refinery. Ich bin... Musik. 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 Dafür, dass diese Pipeline so ähnlich lang ist, hat sie ja relativ wenige Fehler. Ich drück mal den Knopf. Korrigiere, ich brüte mich erst mal zu knapp durch. Wie geht das mit dem Knopf? Ich muss das mit dem Knopf gehen. Und da geht's, wieder auf die Orbeid mit dir. Dann geht's. Schönes Feuer da. Ich hab noch meinen Thron. Leben wäre ganz gut, ja. Ich werde ein Dünje. Wo kommt sie denn runter? Da hinten, da vorne. Achso, da hinten, da vorne. Ja, die zwei sieht ganz gut aus dafür. Die zwei führt ja auch überall lang. Ja. Ja, die zwei führt auf jeden Fall nicht, die wir nicht tun. Die darf. Hopp. Oh, der Text ist zu weit gegrided. Du musst wieder hoch und dann kannst du das Seil nehmen, denke ich. Ja. 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 Ja, die zäbbeln. Ja. Hallo. Ja. 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 Oh nein. Ja. 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 1 auf 3 und wie war das jetzt wo du sagst ich arbeite nicht ohne bier schöne rosa unterwäsche danke nein prost nein ok Das sieht ein bisschen aus wie Hulk. Ja. Also wenn Hulk ein... Oh, schade, das ist nur Verzeichen. Süßes. Oh, yeah. Wenn Hulk ein rosa Schlüpper an hätte. Ich will gar nicht wissen, was für Schlimmer der einen hat. Ey, er kann's tragen. Äh, ja. Besser als wenn er nix an hätte. Ja. Jetzt überleg mal, was für Spandex-Hosen-Poopsbanner immer anhaben muss. Weil alles andere macht ja fucking Hulk. Darum ist ja auch Spandex sein Freund. Ja. Hör auf! Ich werde jünger! Modus-Romanagement. Stopp tanzen und komm zu es! Hier ist ein Zip! Uh... In der... Trop-Sieg uns initiating. Trop-Sig schwezt es new. Let's Hit it! Hit it. Just hit it! Da 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 Untertitelung. BR 2018